Ich kann den Text nicht sehen. Und deine Brille? Die ist mir da schon wieder runtergefallen. Sorry. Aber damit ist jetzt Schluss. Denn ich habe etwas getan, was ich schon sehr, sehr lange machen wollte. Und zwar mir die Augen lasern lassen. Dafür habe ich die Premium-Eisklinik in Düsseldorf ausgesucht, wo ich den Eingriff machen werde. Nach einem Tag voller Checks und Vorbereitungen bin ich ready. Also, naja, einigermaßen. Es ist der Abend vor der OP. Alle Checks wurden erledigt. Es sieht alles soweit gut aus. Die Augen funktionieren, abgesehen davon, dass ich kurzsichtig bin. Ich müsste aber lügen, wenn ich sagen würde, wird alles überhaupt kein Problem. Ich habe überhaupt keinen Schiss. Auch wenn die Ärzte gesagt haben, ich brauche keinen Schiss haben. Aber trotzdem, die beiden Kulachchen hier, die werden aufgeschnitten. Richtig gehört. Mit der Femton-Lasig-Methode wird die Augenoberfläche aufgeschnitten und dann mit dem Laser behandelt. Wie hier einfach an der Orange dargestellt. Naja, und dann war es soweit. Nach 10 Sekunden ist das Ganze wieder vorbei. Und das komplett schmerzfrei. So, ich habe die OP überstanden und ich sehe wieder was. Aber, hey, es ist vollkommen irre. Ich habe erst gedacht, es wird so eine Zeit dauern, bis man wieder was sieht. Weil ich meine, das Ganze wurde aufgeschnitten. Die Klappe da, da wurde reingelasert. Ich kam mir so ein bisschen vor wie Darth Vader, als Anakin zu Darth Vader wurde. Und, hey, ab Sekunde 1 sieht man wieder was. Und ich denke die ganze Zeit, ich habe die Brille auf. Aber ich habe sie nicht auf. Das ist ein irres Gefühl. Jemand, der jahrelang eine Brille getragen hat, der das weiß, dieses, wenn man die Brille aufsetzt und dann wieder abnimmt, dieses Verschwommene, dass das einfach jetzt nicht mehr da ist, boah, da wird man schon leicht emotional. Das ist echt geil. Tatsächlich für mich ein sehr emotionales Erlebnis. Und alleine von der Lebensqualität her ist es jetzt was ganz anderes mit den super scharfen Augen. Und falls ihr auch Interesse an dem Ganzen habt, habe ich mich mit der Premium Ice Clinic in Düsseldorf zusammengetan, falls ihr das Video bis hierher angeguckt habt, um auch einen Vorteil zu bekommen. Und zwar könnt ihr, wenn ihr Fahrdorf erwähnt, beim Anmelden einen schnellstmöglichen Termin bekommen und müsst nicht mehrere Monate warten. Und damit zurück zum Video.